Musik Ja, hey Leute und herzlich willkommen zurück zu GGA San Andreas Online in Klammern Sump. Heute befinden wir uns auf einem anderen Server und zwar auf dem Server Cops and Roberts, auch vom Maru gegeben. Und ja, keine Ahnung, was ich hier machen muss. Man hat als Waffe einen Baseballschläger und jetzt kann man hier irgendwie ein Skill aussuchen und was weiß ich. Und jetzt beginne ich mal den Timer und das machen wir einfach mal. Ich nehme einfach mal irgendeine Nummer. Ich habe Hitman. Ah, okay. Complete Hit. Ah, ach so ist das. Okay. Wahrscheinlich müssen wir jetzt die, glaube ich, Leute töten. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. Äh, auch hier nochmal. Entschuldigung, falls es hier rauscht. Ist aber normal. Kann ich auch nichts für. Und, ähm, ja. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Und haben auch schon, äh, das erste Thema. Und zwar, was ist das denn? Blue Swim. Okay, nee. Will ich jetzt nicht unbedingt. Äh, ich nehme, ach so, man kann hier wieder eine Nummer auswählen. Okay, fünf. Ach so, okay. Naja. Ähm. Erste Thema ist die E3, die jetzt bald stattfinden wird. Da, wo ich mich ja tierisch drauf höre. Ich weiß jetzt nicht, kann man hier... Kann man? Nee, kann man nicht. Schade. Ähm. Die, äh, wird ja jetzt bald stattfinden. Das erste Thema und das große Thema, was ich ziemlich geil finde, ist... Endlich wird wahrscheinlich von Domtendo aus erwartet. Und auch von mir, weil ich es nachgelesen habe. The Legend of Zelda Wii U. Also das für die Wii U. Wird wahrscheinlich vorgestellt. Und dann auch wahrscheinlich... Das neue The Legend... Also der, der Remake von The Legend of Zelda Majora's Mask. Da würde sich der Frostpommes freuen. Ähm. Hier steht einfach so ein Helikopter rum. Naja. Ähm. Ja, das finde ich sehr geil. Und, äh, ja. Auch hier muss ich mich nochmal entschuldigen. Ich habe eine Allergie momentan. Und, äh, ich muss ab und zu husten und die Nase hochziehen. Wie zum Beispiel jetzt. Moment. So. Äh. Alter, ist der krank? Achso. Ne, ich habe schon gedacht. Und, ähm. So, jetzt fliegen wir mal hier runter. So. Ich gucke einfach mal, was Cops and Roberts ist hier, der Server. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und aussteigen, bitte. Ach. Man kriegt hier auch automatisch einen Fallschirm. Und da kann man jetzt anscheinend in das Gebäude. Sehr interessant. Wir gehen aber wieder nach oben. Und, äh, jump einfach mal hier runter. Ist ja tief genug. Ähm. Ja, wenn wir mal ein bisschen schneller sind. YOLO! Ach du Scheiße. So. Guck mal, da ist unser Wagen. Juhu. Yay. You spin my head right round 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 round. Äh, wenn ich jetzt hier schläge, ist es so schlecht. Slash V eingeben, okay. Slash. Hm. Okay. GPS Comments. General Comments. Äh. Ähm. Player and Animationen. House Clothes Group. Äh. 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 Ich weiß. Nicht, was ich hier machen muss. Ich mach einfach mal. Acht. Show Clothes Inventar. Keine Ahnung. Äh. Puh. Nö. Äh. Ich mach mal 0. Okay. Egal. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich hab immer noch den Fallschirm. Hä? Okay. Hier gibt's natürlich auch Limos. Die nehmen wir jetzt aber mal nicht. Ja, das ist halt auf der E3 und da... Finde ich schon cool, aber ich, äh, bin ja nicht da. Ich kann ja da nicht hingehen. Leider. Und, äh, auch andere Spiele werden vorgestellt. Wahrscheinlich auch Pokémon für die Wii U. Genau, äh, wie das genau heißt, hab ich keine Ahnung. Oh, äh, äh, Hunger Games gerade. Ähm, wenn ich jetzt hier zwei drücke, passiert nix. Nee, schade. Ach du Scheiße. Ja, unser Auto ist auch nicht mehr das Neueste. Ja, das erinnert mich hier gerade an Beverly Hills. Kann das sein, dass das hier Beverly Hills? Äh. Ich mach's mal. Äh. Moment, vielleicht hier? Nochmal? Mr. Hitman. Ja. Alles klar? Hat's vollgebracht. Kann ich das Auto... Kann ich das Auto beschädigen? Ja, man kann ja auch sehr schnell laufen, übrigens. Ich muss sagen, gefällt mir eigentlich so der Server. Ähm, weil hier ist auch mal ein bisschen los, weißt du? Hier fahr'n noch mal ein paar Autofahrer und so. Nicht so wie bei dem Stunt-Server, dass da alle nur da bei diesem Stunt-Scheiß da hängen. Und dann gehen wir jetzt nochmal rein. Und dann gehen wir jetzt nochmal rein bei Suburban. Und jetzt, äh, kaufen wir uns nochmal neue Klamotten hier. Okay. Okay. Kann ich mir die Sachen überhaupt kaufen? Ich nehm' mal eins. Okay. Funktioniert nicht. Alles klar. Okay. So, ich würd' jetzt gerne, wenn ich jetzt... Warte mal, funktionieren. Ne, schade. Hm. Hm. Ja, ist okay. Eins. Achso. Ich hab... Toll. Ja, okay. Ähm. Kriegt man hier auch neue Munition? Ja. Okay, dort hinten. Was ist das? Ist das ein Polizeiauto? Sieht danach aus. Also schnappen wir uns das mal schnell. Oder ist doch ein Auto, ne? Ja. Hier in der Nähe ist auch ein Krankenhaus. Das ist super. Und hier in der Nähe sind Häuser. Die man sich wahrscheinlich kaufen kann. Ich hab' keine Ahnung, was das hier ist. Sag' ich doch, da hinten ist ein Polizeiauto. Aber wir nehmen natürlich das hier. Okay. Oh, nein. Wo ist denn hier ein Haus, bitteschön, was man sich kaufen kann? Hier. Hier. Okay. Sehr interessant. Hier sogar zwei Häuser. Ich geh' mal hier ins ein... Slash enter the house. Okay. Nee, gut, dann nicht. Okay, vorsichtig jetzt bitte. Ich möchte da jetzt nicht unbedingt genau... So. Tja. Ah, ja, 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 ja. So, ich bin das ja jetzt gewöhnt. Ich spiele ja jetzt mittlerweile Mario Kart 8, also... Ähm... Äh... Ja. Ich bin das mittlerweile gewöhnt. Entschuldigung. Muss ich selber lachen. Ach, guck mal da unten. Es ist auch ein Schrottauto, aber egal. Ach, ah. Ja. Wunderschön. Fahren wir direkt mal durch die Waschanlage. Und man sieht, das Auto ist sauber. Ach, Mann. Aber... Ah. Ach, hier ist eine Bar. Fahren wir doch da mal hin. Moment mal. Ich geh' mal kurz auf die Karte. Sekunde mal. Was hat man denn hier so? Hier, guck mal. Da. Nehmen wir doch jetzt mal hier. Da machen wir mal... Oh. Was war das denn? Hallo? Ich muss mich verarschen. Hier. Da gerne ein Pünktchen. Da. Genau. Ja. So, ähm... Jetzt müssen wir diesen Pünktchen erstmal folgen. Hier gibt's ja viele Dreiecke. Also ein Punkt ist... Ich sag' nix. Ich sag' nix. Ah, jo. Guck mal. Pick the pen. Sieht doch wunderschön aus. Sie stehen auch Lemos draußen. Es wird mir doch mit Sicherheit gefallen, oder? Oh ja. Ja. Hier. Ich tanze. Da, 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 da. Table Danzo. Ähm. Ja, das... Ist ja auch wunderschön hier. Ah. Ein Kaffee. Was haben wir denn jetzt, äh, bekommen? Oh jo. Oh jo. Ah. Das ins Auge... Ah ja. Ah ja. Jetzt geht's meinem Auge gleich viel besser. Oh ja. So. Da haben wir kurz unser Auge wieder gereinigt und dann können wir wieder rausgehen. Wir nehmen natürlich die Limo. Nein, nicht. Nein, nicht, ne? Tolldeutsch. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Sekunde. Oh ja. Warum haben wir jetzt einen Stern? Ich versteh jetzt gerade nicht warum wir einen Stern haben. Ah. Kann ich den töten? Entscheide, kann ich... Kann ich dich töten? Ja! Waaah! Jeeeee! Aaaaaah! Jeeeee! Scheiße! Jeeeee! Jeeeee! Aaaaaah! Jeeeee! Jeeeeeee! Muss flüchten! Was? Enter? Enter! Lass mich! Lass mich ins Haus... Was?! Ähm ... Hallo? Hallo? Ja, du Baa! Ja, ja, so ist gut, jo. Nein, lass mich. Überfahren. Ja, ist die beste Möglichkeit, liebe Kinder. Fuck, fuck! Nein, nein, nein! Lass mich hier raus. Schön. Ja. So, zack. Du auch mal. What? Schlag mich tot. Ja, aua. Aua. So ist gut. Ja, das ist das wahre Leben. Ach, wie nett. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder eine Stufe auswählen. Ich nehme mal wieder fünf. Fünf. Äh. This box. Okay. Okay, was jetzt? Fünf. Äh. Slash fünf. Ich, ich. Slash cmds. Ich, ich, äh. Äh. Eins. Ja, ich würde jetzt gerne... Was soll das? Ich, ich meine, was... Alter. Ist ja jetzt echt scheiße. So. Krieg, krieg man, krieg man die, die... Gibt's hier Waffenläden? Ich hab mich mal gespannt. Aha. Hier ist ein Flughafen, da gehen wir mal hin. Falls wir da rothin kommen. Aber Yolo, wir, wir probieren's. Ja. Ja, geil. Ah, ja. So ist gut. Ja. So. Ach, nee. Alter, Alter. Nein. Aua. Ich würd... Ich würd gerne... Lotto. Moment. Slash Lotto. Aha. Wow. Yay. Ich würd gerne mal, ähm... Gibt's das? Äh. Äh, ja, ich möchte gerne... Ja. You will be sent to Klan. Nein. Ich muss mal sterben. Das ist ja richtig lebsch. Slash. Ich würd gerne wieder Hitman werden. Aber das gibt's wahrscheinlich nicht. Das, äh... war... Eine Tankstelle. Und wir fahren mal jetzt, äh... zum... Oh. Ach, weißt du was? Sind wir schneller da. Hoffe ich. So, noch fünf Minuten. Ach du Scheiße. Ach du... Ah ja. Ah, geil. Ach, wieso hab ich mich denn eben verla... Äh, äh... Äh, äh... Oh, cool. Höh. Hallo. Hit. Hit. Slash. Hit. Ach man. Ich würd mal gerne wieder... Ja, natürlich. Ach, da sind Quallen. Wie cool. Ähm. 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 Ja. Ähm. Okay. 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 So, ich nehm mal, äh... Was ist... Hitman wieder? Ich mach mal sechs. Ich mach mal sechs. Nein! Nein! Jetzt haben wir diesen... Kack Baseballschläger. Egal. Wir töten uns mal schnell. Und dann, ähm... Haben wir jetzt auch schon. Ups. Entschuldigung. Passiert mal. Vollgas. Und dann... Gegen irgendeine Wand brettern. Da, die ist gut. Ah ja, geil. Ey, mir ist aufgefallen, hier gibt's gar keine Motorräder. Drei Minuten. Und wir... Wir... Und wir... Dort hinten. Oder wer hat er? Wir bleiben... Nein, scheiße. Aber warte, wir bleiben einfach in der Nähe. Ja! Brenn! Ja! Scheiße. Ach, nee. Nein! Jetzt aber. Verletzt dich. Scheiße. Ähm... Da, 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 da... Pass mal auf, jetzt hier. Ich finde es richtig gut, wenn man... Das Mikro jetzt lauter aufträgt, pass mal auf. So. Das ist richtig fertig bin. Pass mal auf, wartet. Hier. Ah, hier und sogar jetzt die Tastatur und das ist... Jetzt machen Sie so noch lauter, pass auf. Hallo. Hallo. Das ist ein bisschen schädlich fürs Mikro, aber... an der Hand in der Hand an der Hand an der Hand an der Hand Prozent Prozent Alter das haben das haben auch bei Outlast gemacht nur beim beim ersten paar Zerber dazu ganz laut gemacht was auch nicht macht demonstriert ich stehe ich stehe hier ganz hinten an meinem Zimmer das ist unfassbar das ist unglaublich was man so machen kann hiermit passt mal auf dann mach ich mal so, weil dann ich mach mal folgendes so das kann ich hier Mono, pass auf auch hier Mono links, Mono rechts Mitte ha la la warte, also hier, äh, Mitte also hier hat man jetzt keinen Bass und so und das ist schon langweilig, aber so, sehr gut so, jetzt hab ich das wieder alles zurückgestellt und, äh, ja, wunderbar so ok, Mikro ist noch an ach, jetzt hab ich diesen scheiß Baseballschläger hier in der Hand und Warte kann ich damit machen, nix so, wir wollen noch wenigstens zum Flughafen und das machen wir noch und dann, äh, beende ich den Part und, äh, ja, äh, äh Ist ja nicht so, als würde ich jetzt gerne mal da sein. Das ist der Flughafen hier, ne? Ne, der ist sogar noch weiter weg. Scheiße. Ich finde mein Leben sinnlos. So, wenn wir das Ganze jetzt noch dreimal machen, sind wir tot. Och, Mann. Machen wir mal von der anderen Seite, dann bringen wir ein bisschen Abwechslung rein. Das Leben ist so sinnlos. Okay, und nochmal. Ja, ich weiß, darüber macht man eigentlich keine Witze, aber... Ja, bitte! Scheiße. Fahr mich um. Wo bist du? Och, Mann. Ja, gut, äh... So geht's natürlich auch, liebe Freunde. Aber dann hat der Computer sich gedacht, nee, voll schon angefangen. Und jetzt das letzte Mal und dann, äh... Ach, äh... Ach, guck mal, wir sind gestorben und haben das Geld verloren. Äh, ich muss jetzt noch einmal sterben und dann, äh... Okay, das machen wir jetzt folgendermaßen. Dann machen wir jetzt noch einmal sterben und dann... ...wende ich den Part. Und zwar fahren wir einfach ins Wasser und ertrinken. Das ist der beste Tod. Wenn wir jetzt hier irgendwo Wasser finden, dann... ...einfach schnell rein und dann... Ähm... Ja, gut. Ja, äh, dann auch so. So ist es natürlich viel besser. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal bei... ...Thump. Alter, was war das? Scheiße, ja. Das ist... Kein Problem. Tschüss. Hallo Freunde, da sind wir in der Endcut. Also, meine erste Endcut von einem YouTube-Video. Wenn euch die Endcut gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Oder wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Oben links könnt ihr mich abonnieren. Und, äh... Ja, da das meine allererste Endcut ist, habe ich leider noch kein letztes Video. Muss ich mir mal jetzt angewöhnen, da ich ja jetzt die Endcut hab, äh, Endcut hab. Dass ich die Videos dann auch speichere und es mal lasse, bis ich die Endcut fertig hab. Also, äh, da kommt ihr jetzt noch zu keinem Video. Aber, äh, oben rechts könnt ihr auf meinen Kanal gehen. Und da seht ihr dann auch die ganzen Videos. Und, äh, ja, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.